Sogar noch mit Schau einladen, ich bin begeistert. Ein Applaus für die Erde, bitte. Sie haben das Wort gut. Die Dolle Knurre stehst du unter den Kartoffeln, weil stark ist die Kartoffeln. Hast du voll Kartoffeln einstürzt, dann war es sehr knapp und nicht nur. Das ist voll zu vertreten. Das ist unsere Herzenfüllung. So, einmal die Verkämpfung. Und dann würde ich den Kohlreis. Wenn das vom Kohlreis, die er zu Bütter geht. Hallo, Klaasbütter! So, aber das ist ein Moment noch. Äh, das war der Sackgemeine. Hat noch was mitgebracht. Ich gebe Ihnen mal das Mikrofon. Die Teilnehmer sind, die hier mitmachen. Wenn man sich die Strafen heute Sachen angeschaut hat, war das sogar ein rundes Bild. Viele tolle Ideen haben sich entwickelt. Dafür noch mal herzlichen Dank. Und recht herzlichen Dank möchte ich auch der Landstuhl-Chemlin, würde ich sagen. Die seit vielen, vielen Jahren diese Veranstaltung vorbildlich durchführt. Recht herzlichen Dank. Super gemacht. Die vielen, vielen Stunden und die vielen Tage, die ihr dazu braucht, haben wieder euch bei Ihnen das Volk recht gegeben. Macht bitte weiter so. Und noch mal vielen Dank von der Sackgemeinde auch dafür.